hallo meine lieben kochfreunde ich bin der matti und ich begrüße euch recht herzlich auf outdoor kitchen meinem kochkanal leute heute zeige ich euch wie man zerrissene unterhosen macht ja zerrissene unterhosen oder podriane gaccio das ist eine spezialität aus kroatien das sind frittierte krapfen ähnlich wie das ungarische langos ist total einfach das rezept und dann mehr warum zerrissene unterhosen die kriegen dann in der mitte einen schnitt werden frittiert und dann sehen die halt aus wie zerrissene unterhosen podriane gaccio dazu serviere ich noch einen schönen schönen dip aus kisselowurchnie das ist saure sahne mit knoblauch reingepresste salz frischer schnittlauch etwas pfeffer muskatnuss das ganze wird bestrichen und schmeckt einfach nur super lecker schnell und einfach zubereitet und leute wie das geht zeige ich euch in diesem video also bleibt dran so 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 das waren kroatische kropfen oder wie man auf deutsch sagt zerbissen Unterhosen und ähm ja schaut euch schaut euch das mal an wie fluffig die sind fluffig ist gar kein ausdruck und wenn es eine steigerung von fluffig gibt dann dann sind die das und äh ja ich kann euch sagen mega lecker selbst ohne Aufstrich traditionell ist man das mit saurer Sahne, Schnittlauch habe ich noch reingemacht und Knoblauch das ist so der traditionelle Aufstrich und könnt ihr auch süß machen, mit Puderzucker bestreuen oder zerrissene Unterwäsche mit Nutella das ist auch mal ganz innovativ und ja, probiert das Rezept aus, haben die genauen Mengenangaben, das Zutaten den Rezeptlink findet ihr in der Videobeschreibung auf meiner Webseite Outdoor Kitchen mit und ja, was soll ich euch sagen schaltet wieder zu, abonniert den Kanal bis zum nächsten Mal, euer euer Matti